Das ist ja wirklich alles unerwünscht. Ich muss hier mal ganz kurz fragen, wie gefällt Ihnen die Fahrt? Die sind ja die guten Fahrt, wo ich hier kann, wo wir da waren. Das heißt, dass wir hier noch frei waren, wo wir da auch nicht sind. So was schon mal erlebt? Was ist das? Was ist das? Ich kann jetzt bis zur Station wieder. Ja? Was ist das? 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 Was ist das?